Das ist kein lauschiges Plätzchen, das ist ne richtige Stadt. Das ist ja eine liebische Erklärung. Ja. Die Anständigkeit muss siegen! Na warten, na warten, was ist denn für ein Stadten? Du müsstest endlich vorwärtskommen. Ich? Ich kann noch nichts. Du kannst vieles. Ja, das ist dasselbe. Ich kann vieles und ich will nichts. Wofür soll ich vorwärtskommen? Die Firma sieht sich veranlasst, Ihnen unter dem heutigen Tage die Kündigung auszusprechen. Das ist ne Sache ist, wenn Ihnen liegt. Komm, mach mal nicht, damit man sehen kann, ob das da ist. Ich saß in einem großen Wartesaal und der hieß von Opa. Und wieder wissen wir nicht, was geschehen wird. Komm, mach mal nicht, damit wir doch auch mal sehen, ob das ne Sache ist, wenn Ihnen liegt. Das ist sie. Komm, mach mal nicht, damit wir doch nicht. Wofür soll ich es das, wenn Ihnen liegt. Komm, mach mal.